Fahrplanabweichungen Aufgrund einer technischen Störung kann diese Fahrt mit diesem Fahrzeug nicht fortgesetzt werden. Bitte steigen Sie aus. Sollte sich der Ausstieg auf der Fahrbahn befinden, beachten Sie bitte den Kfz-Verkehr. Bitte halten Sie die Türen frei und rücken Sie in das Wageninnere nach. Enthaltestelle. Bitte aussteigen. Aufgrund eines parkenden Fahrzeuges im Gleisbereich kann diese Fahrt zur Zeit nicht fortgesetzt werden. Wir bitten um etwas Geduld. Zur Zeit besteht ab dieser Haltestelle Schienenersatzverkehr. Bitte steigen Sie hier zur Weiterfahrt in die Ersatzbusse um und beachten Sie weitere Informationen des Fahrpersonals. Aufgrund eines Verkehrsunfalles kann diese Fahrt zur Zeit nicht fortgesetzt werden. Die Türen werden nun zum Aussteigen geöffnet. Sollte sich der Ausstieg auf der Fahrbahn befinden, beachten Sie bitte den Kfz-Verkehr. Umgehen Sie bitte die Unfallstelle weiträumig, damit die Einsatzkräfte nicht behindert werden. An dieser Haltestelle kann es fahrplanbedingt zu einem Aufenthalt kommen. Und dann gehe ich auf dem Weg zutrauen. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020